Boah, okay, endlich, ich bin beinahe an Land. Hier eine neue Unterwasserwelt, wunderschön, aber auch tödlich mit all ihren Kreaturen. Was ist das hier? Ist das das sagenumwobene Ragnarük? Mann, wenn ich doch nur irgendjemanden hätte, der sich hier auskennt. Jemand kleines, altes, der Geld braucht. Oh mein Gott, bist du es? Quantum, wir haben dich aufgelassen. Was ist hier los? Warum bin ich hier? Warum bist du hier, Mini-Quantum? Ich bin in Freiheit. Was ist passiert? Oh Gott, ich war weggesperrt. Ich war eingesperrt mit Pfleger. Was haben sie mit ihr gemacht? Elektroschocktherapie. Du siehst ganz schuppig und buschig aus. Ich sehe ganz gut aus, finde ich. Naja, für jemanden, der so lange im Schrank weggesperrt war. Ich habe gehört, du brauchst Geld, deswegen bist du zurückgekommen. Stimmt das? Ich brauche Likes, ich brauche die Aufmerksamkeit. Hashtag 4000 Likes. Hashtag für das Comeback des Jahres. Jahrhunderts. Es ist passiert. Gott. Ich bin wieder hier. Du siehst echt fertig aus. Ich meine, ich bin auch relativ gut rasiert. Langsam wird es bei deinem Mädchenbad. Ich sehe gut aus. Wie kann ich mich ansehen überhaupt? K, drück mal K. Oh. Dann sehe ich die freie Kamera. Wir sind zurück. Ark. Viele Leute wollten es sehen. Wir wissen gar nicht, was hier Sache ist. Ragnarok. Neu, frisch, neue Kreaturen. Wir sind 10.000 Mal gestorben, bevor wir hier den Fluss überqueren konnten. Das Gerippe da hinten. Das Quantums Marm. Okay, okay. Warte mal, ich brauche die Pille. Bitte jetzt liken, bitte jetzt liken. Ne, wir müssen kinderfreundlich sein, Quantum. Du willst Geld verdienen, dann kinderfreundlich. Ich brauche so ein Soundboard. Jeder Marm-Witz macht den Ding, Ding, Ding. Dann hört man nichts mehr hier. Ja, was ist das hier? Ark, Ragnarok. Erklär mal. Du bist der Experte. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert hier. Alles ist neu, ne? Also, wir gehen mal hier ins Inventar. Für uns ist das alles neu. Ich habe das nicht mehr gespielt. Also, hier... Es ist ja eigentlich die Vorbereitung auf das DLC dann im Oktober. Das Geld kostet, ja, ja. Ja, da kommt ja so ein Sci-Fi 80er Jahre Neon-DLC. So sieht es für mich aus, irgendwie, ne? Stimmt. Also Terminator, Blade Runner. Leuchtend. Ja, ja, da hat man doch irgendwie dann so Tron-Rüstung mit Scheiben, die man schleudern kann. Ist doch alles drin. Sag mal, hast du Musik? Bei mir ist irgendwie, als du aufgetaucht bist, ist die Musik gegangen. Ja, echt jetzt. Ich habe keine Musik mehr. Oh, die Dinos sind weg. Ne, hier drüben. Boah, der hier ist doch neu, oder? Hier. Held Moss als Dino. Ich ziehe mir jetzt gerade was an, okay? Mach ich auch. Ist eine gute Idee. Hast du Leder? Ich bräuchte ein bisschen Leder. Ne, warte, wie schiebe ich? Also, wo noch hier reinschieben? Okay. Köd jetzt den Dodo. Doppelchenke. Mach den Dodo tot. Stirb, Dodo. Stirb. Ich brauche deinen Leder. Okay, ich habe Leder. Ich kann jetzt direkt hier ein Bett machen. Also, wäre rein theoretisch möglich. Mir fehlen... Ja, also, Bett ist Spawnpunkt, ne? Naja, deswegen. Okay, wir brauchen aber... Und so, wie wir sterben, wäre ein Bett eigentlich eine ganz gute Idee. Getrennte Bett, ne? Also, es hat sich jetzt nichts geändert. Du hast den Tribe erstellt. Du hast den Tribe! Kuschelbrüder? Die Kuschelbrüder? Wir haben schon lange nicht mehr gekuschelt eigentlich. Das ist schon lange her, weil du halt bist gegangen. Du bist gegangen auf Twitch. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich deine Haut anfühlt. Twitch Island. Achso, warte, kinderfreundlich. Sorry. Kinderfreundlich. Genau, Kusch. Du schmutziger alter Mann. Ich dachte eben gerade ganz kurz, der schläft. Die schlafen jetzt, die Dinos, ne? Also, die können jetzt auch schlafen, habe ich gesehen. Das ist Evolution. Wie kommen wir denn zu dem Ort hin, wo wir hinwollen? Du hast du gesagt, wir wollen zur Burg und dort nisten wir uns dann ein. Wir so selber bauen, wenn es schon vorgefertigte Fertighäuser gibt. Bist du in meiner Nähe? Warte mal, warte. Ja, ich versuche gerade hier wie eine Steinaxt oder so. Also, habe ich ja. Du brauchst Flint. Achso, genau. Ja, mhm. Das kriege ich. Indem du mit der Picke auf den Stein schlägst. Exakt. Du weißt nichts mehr, ne? Ich kenne mich aus. Ich bin hier mit dir gemacht, in diesem Asylantenheim. Was? Asylantenheim? Für verstoßene Twitcher, ja? Was, Twitcher? Ich bin auch immer auf Twitch aktiv. Link ist in der Beschreibung. Aber bist du nicht dieser Underground-Kanal? Bist du nicht so ein Underground-Kanal? Wow, hey, jetzt. Du bist doch dieser Kanal, der nie wächst, oder? Das ist doch der... Hey, wie wär's? Okay, okay, okay. Dafür bin ich nicht hier. Dafür bin ich nicht hier. Natürlich. Du hast den Vertrag... Für deine Belustigung? Damit du ARC-Videos wieder machen kannst? Ja, genau deswegen. Um dich reich zu machen? Ja, ja. Genau. Das hast du gut erkannt. Jetzt komm, wir müssen wandern, mein Sohn. Was mochtest du nie? Junge, ne? Komm, Junge. Ich kenne noch deine Lieblingswörter. Was ist das? Der Omer... Oh nein, das sind die... Ah, die stecken fest. Hallo? Ne, weg, weg, bevor die rauskommen. Busch-Raptoren. Das ist so eine vietnamesische Bambus-Falle. Werden später von Mama Chow gegessen. Die alten Lieder hat er noch drauf. Das ist auch irgendwie so ein Standardlied. Singst du es überhaupt live oder ist das denn noch eine Aufnahme, die abgespielt wird? Das ist jedes Mal eine neue Variante, okay? Du hast einfach nur kein Gehör dafür. Das klingt jedes Mal seit 20 Jahren identisch. Playback steht dir irgendwie nicht. Oh, was ist das hier drüben für ein Dino? Also, blendet dich auch die Sonne so sehr? Ja, das ist totale Verblendung. Kann man hier Sonnenbrillen irgendwie herstellen? Als neues Item? Okay, falls sich jemand wundert, wir haben hier ein bisschen höher gestellt, okay? Nicht, dass der Herr... Wieso seid ihr Level? Wieso seid ihr schon maximal Level? Ich und mein Bruder, wir spielen seit vier Jahren und wir sind auf Level 46. Wir wollen da zur Burg. Nur so als Information nochmal für alle. Wo bist du jetzt? Ja, hier einfach hoch. Auf den Baum raufgeklettert? Also... Unter anderem. Was? Svenny. Ich weiß nicht, wo du bist. Hoch. Ja, hier. Hier, na. Nee, da. Nee, nee. Da hier. Bist du? Oh shit, ich hab den Nacken. Vielleicht sieht man das besser, wenn man den Namen drüber hat. Wahrscheinlich, ja. Wir sind alle friendly. Wir sind hier in einer sehr freundlichen Gegend. Gibt es ja eigentlich noch Säbelzahntiger oder wurden die gestrichen bei Ragnarük? Ich hab... Da oben sind Raptoren, ne? Ja, wahrscheinlich da oben ist sicher eine ungute Gegend, wo wir nicht hin sollten noch. Aber wir müssen noch die Burg. Die Burg. Wir werden sterben. Aber sexy. Da drüben, ich seh die Burg. Hinter mir ist irgendwas Böses. Ja, ein Raptor. Ein Raptor. Ein bisschen schneller als ein Raptor. Ja, ich bin schneller als jeder hier. Nyaung. Oh mein Gott, nein. Die sind schneller. Ich bin schneller als ein Raptor. Lauf Flash Junior, lauf. Oh shit, ich komm den... Oh, da ist ein kleiner Hügel, da komm ich nicht hoch. Er ist wahnsinnig schnell, aber ein Hügel ist sein Hinternis. Hinternis? Ja. Hinternis. Ach so, das war ein Wortspiel? Ja. Oh mein Gott, was ist das da hinten? Seeschlangen an Land. Hinter mir sind immer noch Raptoren, oder? Ja. Er ist noch immer hinter uns. Alter. Alter. Wie werde ich ihn los? Glaubst du, wir können kämpfen und gewinnen? No. Ich versuch's. Ich versuch's jetzt. Hilf mir. Ja, okay, vielleicht. Schlag mit drauf. Lass mich nicht alleine. Es wird dunkel, Quantum. Es wird dunkel. Schlag drauf. Das ist ein Kampf der Giganten. Warum ist er so stark? Was ist denn das für ein Level überhaupt? 21, das ist nicht viel. Der ist tot. Nimm seinen Leder mit. Okay. Oh, wir müssen noch ein Stück. Wir haben's fast geschafft. Ich seh die Burg schon. Warte mal, ist hier... Eben dachte ich ganz kurz, hier wäre ein Eingang in der Höhle. Wie kommt man denn hier hoch? Ja, nur... Außenrum? Vielleicht nur mit einem Vogel. Das wär schlecht. Dann... Oh Gott, sind die größer geworden? Die sind größer geworden, oder? Oder bin ich so klein? Ich geh zwischen ihren Beinen. Oh mein Gott, nicht draufsteigen. Vorsicht, Vorsicht. Die können sich zertreten, glaube ich. Also ich hab keine Ahnung, wie man auf die Burg hochkommt. Was ist das hier? Neue Pflanzen. Wunderschön. Oh, das ist ne große Rose. Denk ich dir. Kann ich hier abreißen? Wir haben gerade was getrunken. Du hast irgendwas getrunken. Irgendwas hab ich getrunken, ne? Ja. Alter, das Spiel ist wunderschön, oder? Ja, sieht gut aus hier. Guck mal hier. Ne Brücke aus Lianen. Oh mein Gott. It's so beautiful. Ich glaube, wir müssen irgendwie so hier durch. Das ist so wunderschön. Wunderschön. Ob sie erlebt irgendwas in diesem Wasser? Geh mal unter Wasser. Das ist ne richtige Dreckbrühe, ne? Also, wenn du keinen Durchfall willst, solltest du... Oh, da schläft auch was unter Wasser? Oh mein Gott. Oh, der hier ist ein Krokodil. Ich hab irgendwas im Gesicht. Du hast ein Krokodil im Gesicht. Ich hab irgendwas im Gesicht. Oh Gott. An mir kleben irgendwelche Dinger. Run, 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 run. Wir saugen mich aus. Auf den Stein. Geh auf den Stein hoch. Oh Gott. Wir werden so verrecken. Was ist das? Zieh es ab. Wollt und zieh es ab. Und dann kann ich aus. Weiter, 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 weiter. Hier auf den Stein hoch. Du musst auf den Stein hoch. Au. Der Stein, der Stein. Au. Er ist nicht hoch genug. Er ist nicht hoch genug. Oh Gott, nein. Da drüben. Hier geht es nirgends wo raus. Und die Aale lutschen mich oder die Blut ekel oder was das auch immer sind. Hast du das vermisst? Nein. Warum spielen wir dieses Spiel? Die Krokodile sind doch auch größer. Ich geh drauf, Alter. Ich geh drauf. Oh Gott, sie sind riesig. Ich hab drei Ekel an mir kleben. Die lutschen mich leer. Ihr wird nicht gelutscht. Kinder, freundliche Unterhaltung. Dann werden wir wieder zurück hier. Du musst die wegziehen. Zieh die weg. Siehst du sie? Die kleben an mir dran. Was? Was ist das ekelig? Du musst sie ab, bitte. Geh weg mit dem. Oh mein Gott. Ich sterbe sonst. Voll teibel. Du musst sie abziehen. Die machen mich leer. Ist das nicht gesund eigentlich? Ist das nicht so eine Art Kur? Aber keine schöne. Die lutschen dich komplett leer, mein Freund. Du musst sie wegmachen. Ich hab sie weggemacht. Hast du sie weggemacht? Ja. Oh Gott sei Dank. Danke. Du bist ein echter Freund. Kannst du mir noch die Pickel im Rücken ausdrucken? Was? Nein. Nein. Wo? Wo sind wir jetzt? Da drüben wird es kalt. Wir brauchen ein Bett. Wir brauchen ein Bett. Was ist das da hinten? Das ist doch auch neu, das Ding da. Das ist doch kein Triceratops. Das ist irgendwas anderes. Was sind das? Hä, warte. Hier geht's hoch? Da stand eben gerade. Du hast es kackt. Okay. Hoch ist gut. Eben gerade ist ein Dino aus dem Himmel gefallen. Oh mein Gott. Gleich ein Herzinfarkt nach ein paar Minuten hier. Die ist kalt. Also die Sümpfe. Hier drüben. Hier drüben. Guck mal hier drüben. Da ist es. Da ist die Burg. Unsere Burg. Wissen wie wir reinkommen. Meine Burg. Meine Burg. Wer sie erst in die Burg kackt, dem gehört sie. Oh, da geht's runter. Ich werde bei den Abkunden laufen. Ey, das kommt. Das ist nur mit einem Vogel. Das haben wir schon so gemacht, oder? Warte mal, ich verhungere gerade sehe ich. Ich muss mal schnell was essen. Ja, ich hätte mal schnell 50 Beeren. Längst, da kommt man nur mit dem Vogel hin. Ich habe keine Ahnung. Da drüben ist eine Brücke, aber ich denke nicht, dass man da rüber springen kann. Okay, wie wäre es, wenn wir da bei dem Baum, das sieht eigentlich ganz schick aus, unser Lager machen. Was hältst du davon? Hier? Gleich? Nein, 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 den haue ich mal weg. Da hinten ist so ein schöner Game-of-Thrones-Baum, da hinten. Ich weiß jetzt wieder mal nicht, wo du bist. Hä? Lauf zur Brücke. Direkt vor der Brücke machen wir ein Lager. Ach, du bist schon hier nach hinten. Oh, war auf. Jetzt habe ich fast drunter gegangen. Ja, ja, das sind lauter Abgründe. In meiner Seele. In meiner tiefschwarzen Seele. Absolut, ja, wollte gerade sagen. Ich bin schon wieder voll hier. Mein Inventar ist randvoll. Ja, direkt aus Stein bauen, oder? Ich meine, die Holz-Ära können wir direkt überspringen. Okay, was braucht man am Bett? Oh, ich muss so viel lernen, ich muss so viel lernen. Okay, wir können jetzt noch ein Schlafsack einfach, das ist einmal zum Respawnen, oder? Ja, aber lass ihn doch da hinten am Baum bauen. Der Baum ist doch richtig schick. Weil ich brauche Abiente, sonst fühle ich mich nicht wohl. Ja, was, was, so ein paar Kerzen aufstellen und vielleicht noch Musik von Mozart, oder was? Ja, ja. War das Cone, oder war das Arc, wo man Kerzen bauen konnte? Nö. Weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, es war Cone. Fundament aus Holz. Das ist so hoch. Kannst du schon aus Holz denken? Also bauen wir Holz. Ich dachte, wir geben jetzt auf Stein, oder? Ach so. Ja, aber wir sind schon umgeben von Stein. Ich würde eher Stein bauen. Du wirst gleich Stein machen? Ein Krabbstein kann man hier machen. Den gibt es schon lange, der ist ja alt. Ach so, ja, da war ich nicht da. Ein schwaches Heilmittel. Okay, ich sehe. Eine Peitsche. Stop, sowas könnte später noch nützlich werden. Also nicht die Peitsche, sondern eher das Heilmittel. Ich glaube schon, dass die Peitsche nützlich wird. Zwinker, zwinker. Alter, ich werde mir hier auf jeden Fall diese Pelzsachen machen. Mir scheint, müssen wir irgendwann noch... Wie hat das ignoriert? Zum Schnee? Ja, natürlich. Ich bin kinderfreundlich geworden. Hast du dich mitbekommen? Ich habe Werbung. Ich habe gehört, du verdienst mit den Kindern. Fühlst du dich nicht schlecht dabei? Nö, gar nicht. Kein bisschen. Ist echt geil. Fühl mich da überhaupt nicht schlecht. Du gerade hinter mir? Ja. Okay, wir brauchen... Jetzt kommt irgendein Dino wieder. Ich brauche erstmal ganz viel Stein. Okay, ich kann ein Holzfundament machen. Ja, besser ist nix jetzt im Moment. Ja, aber ich habe jetzt Steinfundament. Warte. Ich habe schon. Ich mache mir mein eigenes Fundament und stelle mir meinen eigenen Schlafsack darauf. So sieht es nämlich aus. Wir bleiben zusammen. Ja, aber nicht so nahe. Jetzt hör auf damit. Family. Das hat sich hier... Bist du da oben? Bist du da schon oben? Oder... Hast du jetzt schon was gebaut? Ein Holzding. Wo? Ach, das kann man jetzt drehen. Ich habe jetzt einfach nur hier... Ich baue einfach nur hier. Ich wollte eigentlich da oben bei dem... Bei dem Stein. Okay, dann mache ich meine... Mache ich halt meine eigene Hütte? Ich will hier nur eins. Ich muss hier nur... Getrennte Hütten. Na gut. Ach so. So ist drehen. Okay. Ich baue hier oben. Oh, es ist romantisch hier oben. Okay, ich habe... Was da? Hier ist so ein komischer Kuschelstein. Ah, ist süß. Ja, komm mal hier hoch. Komm mal hier hoch. Richtig schick hier oben. Da kannst du dich wohlfühlen. Da liegst du dich nieder. Wo denn? Also du bist so ein Baum hier oben? Ja, ist richtig schick hier oben. Wie kommt man denn hier hoch? Ja. Nur die großen Jungs können anscheinend... Hahaha. Zwergenwitze. Wow. What the fuck? Ah, jetzt habe ich hier so einen... Nein, Abbruch. Abbruch. Nein. Nein, was brauche ich jetzt? Oh Gott. Ich mache es kaputt. Mhm. Was? Hast du noch ein Bett? Ein richtiges Bett brauchen wir, oder? Hast du ein richtiges Bett? Nope. Ich weiß jetzt nicht, wo das richtige Bett ist. Ich habe es aber gelernt. Oben Bett ein. Ups. Ja, hier. Ich brauche Leder. Hast du Leder? Ich weiß nicht. Ich brauche Leder und Stroh. Leder und Stroh brauche ich. So, jetzt sehe ich endlich mal aus wie ein richtiger Mann. Wir brauchen Leder. Warte mal, ich tue hier. Im Grunde kann ich jetzt hier noch sauviel Dings killen. Handwerkliches Geschick. Das Feuer sieht doch gut aus. Okay, weil wir ja bessere Einstellungen haben. Bantum hat nämlich eine Runde PCs spendiert. Hat gesagt, hier, Gies, kannst du ja nicht aussuchen. Alter, das sieht aber richtig gut aus, das Feuer. Das sieht ja gut aus. Was ist das hier für ein Ding? Ist das Holz? Nee, ist das Stein. Hä? Komisch aus, oder? Warum ist der so schwarz? Aber hier kriege ich nur regulären Stein. Okay. Bett. Bett, Bett, Bett. Priorität Bett. Ja, Leder. Leder, okay. Dann müssen wir vier erledigen, oder was? Ja, klar. Äh, ich glaube, ich mache mir hier 140. Hm, kann man hier ein Bett. Einfaches Bett, habe ich gelernt. Fasern, Holz, Leder, 40. Ah, Leder, ja, wir müssen ein Vieh töten. Etagenbett gibt es aber. Okay, Metallbett. Ja, aber das ist doch schon alt. Ja, aber ich will... Müsst du oben sein, oder unten, dann? Moment, ich muss erst mal hier noch ausbauen. Was hast du denn hier hier? Hast du eine Lederrüstung gemacht? Ja, klar. Du bist sicher von einem Vieh. Dann hätten wir ein Bett. Denkst du nur an dich? Ich wusste das nicht. Wie, wusstest du nicht? Ja, dass ich dann kein Leder mehr habe. Ich habe nicht geguckt, was das Bett so braucht. Ey, hier kann ich wieder nicht richtig mit Fundament arbeiten. Hier ist wieder total schwierig zu arbeiten. Okay, ich hau mir mal ein Essen hierher. Wenn ich hier diesen Holz-Spike-Ding weghaue, geht dann der Baum kaputt? Das wäre nicht schön. Nee, der Baum muss bleiben. Der Baum muss bleiben, sonst ist ja hier alles für ein Po. Okay, wir müssen... Wir müssen Vieh töten. Wir bauen Kisten. Wir bauen unbedingt Kisten. Aber warte, Kisten kann ich machen? Ja. Oder auch nicht? Und Wände. Okay, mir fehlt jetzt. Ich habe das Holz hier reingetan, ja. Kann ich mich ein kleines bisschen bewegen? Ja. So, jetzt hier. Die Kuschelbrüder, da bauen sie ihre erste Hütte. Ist das nicht romantisch? Die erste Folge war doch wieder... Da war doch alles drin. Betteleien nach Klicks und Likes. Es hat sich nichts verändert. Und auf der Suche nach der Liebe. Auf der Suche nach der Liebe, ja. Weil eins haben wir gelernt, als wir getrennte Wege gegangen sind. Die Welt ist einsam und wir haben nur uns. Tim, wir müssen zusammenhalten. Anscheinend, ja. Da kommt keine Frau und sagt, hey, ihr zwei Hübschen da, ne. Passiert leider nicht. Ich bin so voll mit Quatsch. Ich mache zwei Kisten gerade. Aber es gibt ja... Warte, eigentlich war das blöd. Gibt es noch eine größere Kiste? Stimmt. Kiste. Ich sehe nur Kiste, Kiste. Okay. Wenn ich noch Kiste suche. Warte mal, wie viel Fleisch geht denn jetzt hier in so ein Feuerchen? Auch nicht so viel. Ich dachte schon, da geht jetzt mehr rein. Das machen wir alles weg. Oh, der Sonnenuntergang und das Schloss ist hier. Und dann leben wir dort wie Könige. Ja. Und du bist die Prinzessin. Und holen uns einen Greif. Und reiten dann durch die Gegend. Und fliegen durch die Gegend. Und... Wird mega geil. Hat richtiges Ragnarok-Feeling. Da liegen Steine. Oh, die verfallen gleich. Muss die Steine mitnehmen. Was brauche ich denn hier für... Für... Echt jetzt? Man braucht Stroh für die verdammten Steinsachen. Das ist ja ätzend. Okay, wir können... Das ist super ätzend. Wir müssen hier draußen die Kisten hinstellen, ne? Weil es ist kein Platz. Echt? Es ist kein Platz? Naja, wir sind nur das Bett dann drinnen. Und dann ist es so ein bisschen eng, ne? Wir haben ja nicht mehr Platz hier zum Bauen. Das ist ja nur ein vorübergehendes erstes Ding, ne? Außerdem kann hier eh nichts passieren. Naja. Wer weiß. Muss unbedingt mehr tragen können. Bräuchte 400 tragen. Wäre gut. Aber ich bin immer noch randvoll, oder wie? Hier sind zwei Kisten jetzt schon mal. Ah, gut. Gut. Sehr gut. Dann haue ich hier mal ein bisschen Holz rein. Ich habe noch einen Schlafsack. War das nochmal Tee, ne? Ich habe alles vergessen. Tee wechselt man direkt rüber. Aber wir werden hier gleich wieder so eine Unordnung haben in all den Kisten. Das ist wieder typisch. Was habe ich hier? Was ist das überhaupt? Zehn was? Keine Ahnung. Oh, endlich wieder ein bisschen leichter. Ja, hier müsste noch eine Foundation hin. Das ist doch schon ganz gemütlich hier so für den Anfang. Naja, sie sind... Ja, die haben aber ich mit Liebe gebaut. Ja, mit Liebe. Ganz schön dunkel da draußen. Ich muss noch ein bisschen Ding besorgen hier. Fetch. Wir brauchen... Gibt es hier eine neue Lichtquelle oder so? Naja, Fackeln. Ne, ja, so zum Hinplatzieren, ne? Fackeln. Fackeln. Oh, ne Stammfackel, ja stimmt. Wandfackel gibt's. Die gibt's aber auch schon ewig. Gibt's auch schon eine? Die gibt's ja auch. Also, ja, die hatten wir sogar in diesem Wüstengram. Da, wo wir in der Wüste gekuschelt haben. Weißt du noch? Unser Abenteuer, wo du da einen Sand in der Ritze hattest? Ja, ich hab dir gesagt, es geht nur in Hollywood-Filmen, aber du sagst, ne, das ist super. Das hat total gekratzt und gescheuert auf dem Rücken. Ja, ich war oben. Ja, das stimmt. Also, für mich war's angenehm. Ja, für mich auch, weil du oben warst, du hast die Arbeit gemacht. Ich musste reiten, oder wie? Wir kriegen keine Werbung wegen dir. Oh mein Gott, ja. Super, danke. Wo ist jetzt hier die Quatschung? Arbeite ich komplett umsonst. Was brauche ich denn dafür? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wo steht denn, was ich immer brauche bei der Herstellung? Bin ich blind? Warte mal, jetzt habe ich doch hier so eine Tür. Mach die mal auf die 5. So. Haben wir noch eine Tür? Ähm, Feuerstein, Holz, Stein, Stroh. Hab ich das nicht? Kann man sich irgendwie rasieren? Ich hab wohl kein Stroh, oder sowas. So, schick. Schau mal hier, ich hab schon eine Tür gebaut. Wow. Wir haben sogar ein kleines bisschen Metall. Und wir brauchen auch so eine Bergbank und so Geschichten, ne? Ja, für Stroh musst du ein bisschen weiter weg gehen. Ganz da hinten zu den Raubtieren. Ja, sehr lustig. Stroh ist gleich hinterm T-Rex. Ja. Da ist ein Strohballen. Hol den mal, bitte. Klein Quantum. Ich kriege hier nur Fasern. Machen wir eine zweite Etage, oder? Oh mein Gott, das ist dunkel. Ich brauche hier eine normale Fackel, oder sowas. Mach doch mal so eine Standfackel hin. Ja, ich kann nicht. Mir fehlt Stroh, anscheinend. Oder sowas. Ja, wie gesagt, hinterm T-Rex. Da findest du es. Hm. Okay, ich kann mich hier nicht entfernen. Es ist nur dunkel. Ich seh gar nichts. Ich kann nicht mal eine normale Fackel herstellen. Alter, man kann jetzt hier sogar Rauchgranaten und so einen Quatsch bauen. Steindach. War Steindach das, was wir immer verwendet haben für die nächste Etage? Komm hier rauf, du! Mach dir doch so eine Standardfackel. So eine ganz reguläre Fackel. Ich kann nicht mal eine normale Fackel machen gerade. Mir fehlt irgendwas. Feuerstein wahrscheinlich, ne? Ich dachte, dass die wieder angezeigt sind. Okay, ich versuch's mal mit so einem Steindach. Vielleicht ist es richtig, vielleicht auch nicht. Ja doch, das funktioniert. So. Dann wollen wir hier noch ein paar Wände und dann haben wir's doch schon ganz nett hier. Dann haben wir die erste Hütte. Ist eine schöne erste Folge. Weil die ist jetzt auch schon wieder vorbei. It's over. Und dann hole ich mir einen Greif in der nächsten Folge. Oder? Ja klar, in der nächsten Folge gleich ein Vogel. Ja klar, natürlich. Guck mal, ich hab hier schon ein komplettes Haus. Ne? Mal so ein Dankeschön, lieber Herr Kistra, wäre schon angebracht. Tolles Mann, das ist das offizielle Haus. Wenn ich jetzt aber hier noch eine Wand hochziehe... Ach so, Wand, okay. Okay, geht gerade noch so. Da braucht man eine Werkbank. Okay, okay. Standfackel. Ich hab doch Stroh. Holz, Stein, Feuerstein. Also, meine Freunde. Der alte Mann sortiert jetzt hier noch seine Pillen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da hat er sie dann sortiert und dann funktioniert sein Verstand wieder. Wenn ihr mehr sehen wollt von Ark Ragnarük und wenn ihr sehen wollt, was in der Burg drin ist und wenn ihr sehen wollt, wie es ist, einen Greifen zu fliegen und zu reiten, dann auf jeden Fall bewerten. Schaut mal bei Quantum vorbei. Der Kanal, der existiert noch. Der hat einen eigenen Kanal, das wissen die meisten Menschen nicht. Link ist in der Beschreibung. Guck da mal hin. Eigentlich bist du auch unter jedem Video verlinkt, immer noch. Unter so gut wie jedem Video. Aber die Leute checken nicht, dass du einen eigenen Kanal hast. Und dann sagen sie, wo ist Quantum? Wo ist Quantum? Warum sagen sie das bei dir? Wo sind dann die, die bei mir sind? Teilhard dreht sich auf deinem Kanal für dich. Das ist allerdings richtig, ja. Das ist der Backup-Kanal, weißt du? Wenn nur irgendwie die unschönen Folgen hochgeladen, die niemand sehen will. Also, bewerten. Ganz wichtig. Super wichtig. Ich hab's jetzt schon zehnmal gesagt, aber man muss es zehnmal sagen. Also, wir wollen es nur wiederholen. Es ist wirklich, also es hängen Existenzen hier. Ich hab's auch. Zwei wunderschöne Existenzen und ich glaube, die wollen wir noch behalten. Ich ernähre mich von Bewertung. Das ist die Wahrheit. Ich will satt werden. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.